In einer Lehrveranstaltung sollen Studierende über den Zeitraum eines Semesters bestimmte Lernziele erreichen. Dabei sind einige schnell und erreichen die Ziele auf direktem Wege, andere sind langsamer und nehmen ein paar Umwege. An welchem Punkt im Lernprozess die Studierenden zu einem bestimmten Zeitpunkt gerade stehen, lässt sich mithilfe von E-Aufgaben erfassen. E-Aufgaben können so wie herkömmliche Übungen nach einer Veranstaltung angeboten werden, um die behandelten Inhalte zu wiederholen und zu vertiefen. Vorteil der elektronischen Aufgaben ist, dass sie automatisch und damit schnell ausgewertet werden können. Die Auswertung der E-Aufgaben liefert eine Rückmeldung für Studenten und Dozenten gleichermaßen. Beiden wird deutlich, welche Inhalte bereits verstanden wurden und an welchen Stellen Schwierigkeiten oder Lücken bestehen. So muss man den aktuellen Kenntnisstand Studierender nicht mehr anhand der Beiträge einzelner erraten, sondern kann die Ergebnisse aus den E-Aufgaben nutzen, um die Lehre an den mit ihnen erfassten Wissensstand der Studierenden anzupassen. E-Aufgaben können in den verschiedensten Formaten angeboten werden, von denen wir im Folgenden einige vorstellen wollen. Und zwar Single-Choice-Aufgaben. Hier gibt es nur eine einzige richtige Antwortalternative. Dementsprechend kann auch nur eine Antwort ausgewählt werden. Zuordnungsaufgaben. Bei diesem Format müssen zusammengehörende Begriffspaare einander zugeordnet werden. Bildmarkierungsaufgaben. Hier muss ein bestimmter Bereich oder eine Struktur in einem Bild erkannt und markiert werden. Und Lückentextaufgaben. Bei diesem Fragetyp müssen Lücken in Sätzen sinnvoll ergänzt werden. Dadurch können die Antworten nicht erraten, sondern müssen selber produziert werden. Es gibt also eine breite Auswahl an Frageformaten, die sich für unterschiedliche Lernziele eignen. Weitere Informationen sowie Aufgabenkataloge finden Sie im N2E2-Wiki. Untertitelung des ZDF für funk, 2017